Moin moin, liebe Leute, hier ist der Tobias Mertens und ich heiße euch herzlich willkommen zum diesmaligen Shred Generation Workshop aus dem Gitar-Magazin 1120. Diesmal geht es um Speed-Picking-Meister Rusty Cody und ich zeige euch einige seiner Speed-Picking-Übungen. Transkription und auch die Audio-Beispiele findet ihr im Heft. Viel Spaß beim Workshop. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.